Diese Videoreihe handelt über alle Tischtennisplätze in Wien. Themen wie Standort, Beschaffenheit des Tisches und relevante Netzhöhe werden in diesen zukünftigen Kurzvideos als Wiener Tischtennis-Wikipedia zu sehen sein. Viel Spaß dabei! Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank! Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, lasst ein Like da! Wenn ihr Tischtennisplätze in diesem Bezirk noch kennt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Danke für eure Unterstützung! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!